also ich habe eine ankündigung eine sehr wichtige an euch und die habe ich mitzuteilen also von mir dem waschbär an euch vielleicht auch die aufwaschbänden aber auch gleich nicht nämlich ich habe eine ankündigung nämlich ich habe in zukunft vor einen blog zu starten also b a a minus blog weil damit komplett überflüssiges videomaterial was ich wahrscheinlich nicht zusammenschneiden werde und kommentiert lasse nur einfach hochlade und nix dazu sagen werde und das ist es eigentlich im ganzen schon und ja das heißt dann halt weblog